Musik Die Wand, die Wände Diese Wand ist gut beleuchtet. Das Türschloss Die Türschlösser Dieses Türschloss funktioniert einwandfrei. Die Türklinke Diese Türklinke ist aus Metall. Die Tür Die Tür öffnet sich. Das Zimmer Die Zimmer Das ist ein kleines Zimmer. Das Arbeitszimmer Die Arbeitszimmer Das ist das Arbeitszimmer meines Vaters. Das Büro Die Büros Wo befindet sich das große Büro? Der Schalter Die Schalter Dieser Schalter ist weiß. Der Kleiderschrank Die Kleiderschränke Mir gefällt dieser Kleiderschrank. Die Kleiderschranktür aufmachen Mach die Kleiderschranktür bitte auf. Die Kleiderschranktür zumachen Ich habe die Kleiderschranktür zugemacht. Der Kleiderbügel Die Kleiderbügel Ich habe zu wenige Kleiderbügel Der Bürostuhl Die Bürostühle Dieser Bürostuhl ist teuer. Der Schreibtisch Die Schreibtische Es gibt viele verschiedene Sachen auf dem Schreibtisch. Der Papierkorb Die Papierkörbe Der Papierkorb ist leer. Der Schräder Der Schräder Der Schräder befindet sich unter dem Schreibtisch. Die Steckdosenleiste Die Steckdosenleisten Die Steckdosenleiste liegt auf dem Boden. Die Steckdose Die Steckdosen Die Steckdosen Die Steckdosen sind schon belegt. Das Kabel Die Kabel Das Kabel ist kurz. Die Tastatur Die Tastatur Die Tastaturen Die Tastatur gehört zur Computerausstattung. Die Maus Die Mäuse Das ist eine kabellose Maus. Das Mousepad Die Mauspads Brauchst du ein Mousepad? Der Computer Die Computer Ohne Computer kann er nicht arbeiten. Der Bildschirm Die Bildschirme Kannst du wieder den Bildschirm ein bisschen heller einstellen? Der Lautsprecher Die Lautsprecher Dieser Lautsprecher ist entsprechend für mich. Das Handy Die Handys Ich benutze mein Handy jeden Tag. Die Handyhöhle Die Handyhöhlen Die Handyhöhle schützt mein Handy vor Beschädigungen. Das Tablet Die Tablets Ich lerne Deutsch auf dem Tablet. Das Wandregal Die Wandregale Dieses Wandregal ist sehr praktisch. Der Kopfhörer Die Kopfhörer Das sind meine Lieblingskopfhörer. Der Glücksbaum Die Glücksbäume Ich habe einen Glücksbaum zum Geburtstag bekommen. Der Kristall Die Kristalle Diese Kristalle sind bunt. Der Ventilator Die Ventilatoren Der Ventilator ist ausgeschaltet. Das Heftgerät Die Heftgeräte Ab und so brauche ich das Heftgerät. Die Heftklammer Die Heftklammern Ich muss mehr Heftklammern kaufen. Der Locher Die Locher Mit einem Locher kann man die Löcher in Papier ausstanzen. Das Brillenetui Das Brillenetui Die Brillenetuis Hätte ich das Brillenetui verwendet, hätte ich meine Brillengläser nicht zerkratzt. Die Sonnenbrille Die Sonnenbrillen Beim Sonnenschein trage ich meine Sonnenbrille. Die Lampe Die Lampe Die Lampe steht auf dem Schreibtisch. Das Klebeband Die Klebebänder Dieses Klebeband ist durchsichtig. Der Klebstoff Die Klebstoffe Ich muss den Klebstoff in der Schublade ablegen. Der Kugelschreiber Der Kugelschreiber Die Kugelschreiber Mit einem Kugelschreiber kann man sich unterschreiben. Der Buntstift Die Buntstifte Die Buntstifte stehen in einem Körbchen. Der Buntstift Die Stiftkörb Der Stiftkorb ist aus schwarzem Metallgitter. Der Bleistift Die Bleistifte Mit dem Bleistift mache ich meine Handskizzen. Das Lineal Das Lineal Die Lineale Das Lineal liegt neben dem Bleistift. Der Radiergummi Die Radiergummi Den Radiergummi benutze ich sehr selten. Der Anspitzer Der Anspitzer Die Anspitzer Das ist ein sehr kleiner Anspitzer ohne Behälter. Der Markierstift Die Markierstifte Mit einem Markierstift kann man wichtige Wörter hervorheben. Der Drucker Die Drucker Ich brauche den Drucker unbedingt in meinem Büro. Das Druckerpapier Ich habe einen neuen Stapel Druckerpapier in das Zuführfach eingelegt. Der Scanner Die Scanners Mit dem Scanner kann man Papierdokumente in digitale Dateien umwandeln. Die Tintenpatrone Die Tintenpatronen Ich muss die Tintenpatronen austauschen. Die Tintenpatronen Die Tintenpatronen Die Tintenpatronen